So, weiter geht's mit Planet Crafter. So, äh, wir waren dabei Bäume zu pflanzen, ne? Bäume zu pflanzen, wir haben die Bohr abgerissen. Moment, ich hab jetzt... Es liegt nicht viel Zeit dazwischen, aber ich muss noch... So, okay. Äh, wir haben, glaube ich, genug, um noch einen Baumstreuer zu machen. Okay, dann haben wir das auch. Den Samen haben wir auch. Den Samen haben wir auch. Sehr gut. Los geht's. Auf zum Wald. Äh, äh, ich dachte, ich hätte den schon gesetzt. Aber man vergesst sich so auf Speichern zu drücken. Ich will gerade noch andere Sachen aufnehmen. Zwischen der in der letzten Episode geht es nur ein halber Tag oder so, aber es reicht schon, mein Gehirn zu frittieren. Äh, äh, frittier mal, der Frittierige. So. Ist die Frage, ob das hier noch steigt? Ich hoffe mal nicht. Es sieht danach aus, aber das macht nichts, können wir das hier umbauen. Äh, super. Habt ihr das gesehen? Genau so macht man das. Genau so. Oh, ich muss was essen? Schon wieder? Oh, vielleicht hab ich doch vergessen zu speichern. Egal. Weiter geht's. Einfach keine Fragen stellen. Weitermachen. Einfach so tun, als wenn nichts wär. Ähm, wir wollten nochmal oben auf die Sandfälle drauf. Oben auf die Sandfälle wollen wir doch drauf, drauf, drauf. Oben auf die Sandfälle, das wär doch schön. So, warte mal. Pilze tun jetzt mal ins andere. Dann ist das jetzt hier für Wasser und Sauerstoff. Und Gas. Essen. Ähm, ist das jetzt normaler Sandsturm? Ja, das ist der... Alle Planeten sind Schwarzsturm. Der Schwarzsturm. Der schwarzige. Das kommt hier raus. Ähm. Äh. Aluminium haben wir jetzt wieder ein bisschen eingesammelt. So, wir machen erstmal weiter. Wir haben noch mehr T2-Steuer. Also so ist es nicht. Ich hab nicht alle rausgenommen, ne? Ne. Ich sammle gerade mal alles ein. Dann kann auch alles mal wachsen. Ich muss mal diese Rationen machen. Die kann ich doch auch craften. Ach, die kann ich gar nicht selber craften. Ist egal, wächst ja alles. So, das Wasser. So, dann holen wir uns jetzt mal einen Baum aus dem... Aus der Wüste. Wie gesagt, das muss jetzt erstmal erledigt werden. Jetzt sind wir gerade voll dabei. Und bauen hinten uns den Dschungel auf. Dann haben wir das mit den Bäumen endlich erledigt. Was? Warte mal, ne. Ah, ne. Warte mal. Es gab da noch... Ein Baumstreuer C3 sogar nennst du noch, ne? Ist der nicht dazu gekommen? Irgendwas war das noch? Müssen wir gleich mal gucken. Einer. Ey, Sway, drü. Den noch. Können wir noch mehr nehmen. Zwei. Und einen haben wir noch da hinten. Da. Da. Oh, Teleporter geht. Wie kann das jetzt auf einmal sein? 25 GTE waren das nur. Okay, geil. Na, endlich. Oh, ganz so lang. Das Geräne kann aufhören. Die Odyssee. Hat ein Ende. Mal gucken, wo jetzt die ganzen Ressourcen sind. Ob die jetzt hier alle in der Abhang runtergerollt sind. Wahrscheinlich. Da sind sie. Guck mal, so viel Aluminium. Das muss ich nur einsammeln. Okay, so. Es fehlt. Was war nochmal das, was jetzt fehlt? Es fehlt der Dünger und Zeolit. Dünger und Zeolit, glaube ich. Eins, zwei, drei. Machen wir so. Und für den Dünger T2 fehlte noch Kürbis. Algenkürbis. Und Methankartuschen. Algenkürbis. Algenkürbis. Methankartuschen. Ich glaube, ich habe noch drei Algen. Das müsste es... Oh, das ist jetzt aber Mangelware hier. Vielleicht müssen wir nochmal sowas hier bauen. Ah, guck mal. Geht doch. Zwei, vier. Sechs. Sehr schön. Kürbisse. Eins, zwei, drei. Ah, toll. Ähm, das. Algen. Oh. Braucht ich Schwefel für den Zweier? Brauche ich ja gar nicht. Dann kann der hier bleiben. Schwefel, sitz. Ab in die Ecke. Wir machen jetzt was anderes. Ähm. Ach komm, mein Gehirn. Ich weiß, was ich machen wollte. Ich weiß es ganz genau. Oh Gott. Also, ich weiß nicht, ne? ADS sag ich nur. Die Algen. So, jetzt habe ich es. Das ist schon gar nicht mehr lustig, oder? Ich habe es bis dahin vergessen. Aufmerksamkeit, Spanne gleich null. Eins, zwei, drei. Äh, dann noch ein Kürbis. Kürbine. Das krasseste, wo ich gemerkt habe, dass ich ein Problem habe, mir was zu merken, ist, ich musste mal Säcke abfüllen. Das war damals irgendein langweiliger Beruf, auf jeden Fall. Der habe ich schon lange gemacht. Säcke abfüllen. Ich war halt an dem Tag dran und, äh, ich sollte halt 26 abfüllen. Wisst ihr, wie oft ich diese Scheißsäcke nachgezählt habe, bis ich mir nicht sicher war, dass ich das richtig gemacht habe? Schlimm, oder? Ich kann zählen. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich komme so schnell durcheinander. Ganz schrecklich. Besonders, wenn ich dann Ziterezin nehme oder so. Irgendein Anti-Allergikum. Dann ist es direkt. Dann ist es furchtbar. Aber naja, so ist das dann. Damit kann man, wenn man... Gibt Schlimmeres. Meine Güte. So. Können wir direkt einen nächsten bauen? Jawohl! Und dann gucken wir gleich wegen dem Teleporter. Aber das muss jetzt hier erledigt werden, sonst haben wir keinen Platz. Boah, das wird ruckeln. Das wird ruckeln! So, geschafft! Yeah! Zieht euch das mal rein. Der Dschungel. Okay, so was braucht denn der Teleporter? Ach du Scheiße, im Ernst. Im Ernst? Und... Komm ich ja niemals zu einem beschissenen Teleporter. Boah, okay. Wir müssen auch... Okay, dann reißen wir die Generatoren ab. Und machen daraus Teleporter. Dann baue ich Uran. Okay, folgendes. Wir bauen jetzt noch einen Uranbohrer. Und ersetzen den Strom mit Uran. Das wird schwierig. Oh ja. Okay. Meine Güte. Das ist halt dieser bescheuerte Stab. Meine Güte, wir holen jetzt erstmal Iridium. Na gut, das Aluminium läuft ja nicht weg. Iridium, wir kommen. Keine Sorge. Iridium, wir kommen. Lauf nicht davon. Iridium. Iridium. Machen wir direkt ein paar Sterbe. Okay. Komm, ich hole jetzt erst das Iridium raus und dann... Ich glaube, das ist einfacher. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich mache es da nie. Ich glaube, das will ich mitnehmen. Ach, wartet mal. Ich gehe mal kurz... Ich gehe mal kurz auffüllen. Wie gesagt, die setzen wir dann auch woanders hin. Ist mit dem Teleporter schade. Das hätten sie billiger machen müssen. Also wirklich, dieses Laufen. So lange und dann noch... Oh, ja, ja, ja. Guck mal. Ne, für den Teleporter so ein Stab. Das würde ich ja noch... Oder drei so Stäbe. Würde ich völlig akzeptieren. Aber dann noch was mit dem Pulsarquarz. Ähm. Okay, so. Dann Iridium weg. Vier. Wir brauchen halt noch mehr. Alter, guck mal. Wie schnell das wächst. 25,9 sind wir schon. Okay, ich glaube, wir sind... Wir sind im Rennen. Äh, wir liefen wieder ins Race. Wie gesagt, ich will doch... Ich will doch mal die... Ach, komm, ich habe genug rumliegen. Scheiß Zeug. Da von den blöden Bohrern noch und so. Diese Versiffung. Ich verstehe es nicht. Aber heute neugierig aber wieder rum. Dann bräuchte ich den Bohrer T3, der wirklich nur die seltenen rausholt. Okay, das haben wir erledigt. Wie gesagt, wir nehmen noch einen Bohrer mit. Für Uran. Könnte ja nochmal so eine Rakete starten. Aber ich bin nicht so davon überzeugt, dass das jetzt grandios funktioniert oder so. Gehen wir mal nochmal einen. Ich meine, wir können das genauso machen wie beim... Das wäre vielleicht sogar noch besser. Aber es ist so teuer. Es ist so teuer. Ja, das ist das Ganze... Können wir direkt nochmal sammeln gehen. Schon wieder. Ja, dann trinken wir doch mal kurz was und dann geht's los. Oh, es regnet. Hat jetzt länger nicht geregnet. Sag ich das auch immer? Ja, das sag ich wahrscheinlich immer. Wenigstens regnet es heute nicht. Es hat doch irgendeiner im Spiel... Wer war das nochmal? Wenigstens regnet es heute nicht. Ach so, ähm... Festengavi. Ach ja. General. Hier regnet es auch drin. Super. 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 Ah ja. Da haben wir noch einen. Guck mal, jetzt kann ich sogar... So viel kann ich gar nicht mitnehmen. Ach nee, warte mal. Es regnet so laut auch in der Höhle. Weißt du, da vergisst man ganz, wie Toyspiele sind, die sowas genau gut können. Aber... Naja. Fast. Hey, auf in den Regen. Dem Wasser hinterher. Ey, jo. Was geht's? Dem Wasser hinterher. Ey, jo. Was geht's? Sommerregen, äh... Biomasse. Sommerregen. Sommerregen. Sommer, 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 Sommer. Ey. Oh Mann, das Lied, ey. Das habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Na gut, das war jetzt nicht richtig. Aber egal. Die Terraformen. Wir formen den Planeten, ey jo, mit Regen. Wir formen den Planeten, ja, mit Regen. So, dann machen wir jetzt ein paar von diesen bescheuerten... super Dingern. Machen wir vier Stück. Mal gucken, ob wir das schaffen. Jo. Könnt nicht mal alle... Also, ich meine das Spiel. So, ähm... Okay. Wo ist er? Da. Eins, zwei. Eins, zwei. Besser zu viel als zu wenig mitnehmen. Osmium! Okay, das sollte alles sein. Dann lassen wir das hier. Äh... Haben wir da einen Mülleimer? Ich hab's vergessen. Ich glaube, wir nehmen mal mit. Wir nehmen mal mit. Äh... Uran finde ich da wahrscheinlich. Ach, warte mal. Jetzt habe ich ein Déjà-vu. Ich glaube, wir haben einen aufgestellt. Oh, noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Los geht's. Ich überlege gerade. Nee, ich... Nee, wir müssen jetzt erst Generatoren bauen, bevor wir... Ich glaube, es kommt schon wieder ein Meteoritenschauer. Oh Mann, ey. Das hört nie auf, ne? Achso, im Hauptmenü ist der Planet ja rot. Ne? Bei mir ist er am Safe-Key mittlerweile erdähnlich. Ziemlich cool. Ähm... Okay, nee, das liegt an der Zone. Ich dachte gerade. Also, am Leid tun mir die Leute, die in Uran... Äh, in Uranminen schuften mussten. Also, ich glaube, es gibt, glaube ich, nichts Behinderteres als den Job. Uranminenarbeiter. Ich glaube, wir hatten ein paar Uranminen, ne? Ostdeutschland, glaube ich. Also, Norden. Nordosten. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, da war irgendwas, die DDR besonders da geschaufelt hat. Okay, das haben wir hier. Das haben wir hier. Okay, wir haben nur einen gebaut. Gut, alles klar. Okay. Es läuft ja super hier. Aha. Wir führen noch einen aus. Wir führen noch einen. Ja, damit kann ich nicht arbeiten. Ach, jetzt wollte ich das Zeug leer machen. Hab das andere Zeug noch mitgenommen. So. Wollen wir das auch noch so? Ja, mit dem... Also, es würde noch dauern. Ich glaube, wir erweitern das Ganze hier. Okay. Ich glaube, wir machen hier noch einen rein. Pass auf, bessere Idee. Wir gehen jetzt nochmal hoch zur Pulsarquarz-Höhle. Schauen mal, ob wir vielleicht doch noch Pulsarquarz finden. Ich glaube, wir brauchen ja nur noch ein oder zwei für zwei Teleporter. Und dann, damit wir einen Teleporter haben von unserer Basis zum Uran. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann würde ich gerne mal einen Teleporter bauen. Irgendwie von der Basis oberhalb zu den Sandfällen oder so. Oder auf die andere Seite der Wüste. Halt sowas. Irgendwie. Keine Ahnung. Oh, guck mal. Da müssen wir auch noch Bäume wegmachen. Luft holen. Wir müssen noch Wasser mitnehmen und trinken. Ja, genau. Ihr habt richtig gehört. Wasser mitnehmen und trinken. Obwohl, Sauerstoff reicht völlig. Nimm mal drei Sauerstoffs mit. Dann darf ich beim nächsten Mal nicht vergessen, wieder das Zeug mitzunehmen. Ich tue die hier mal gerade mit hier rein. Osmium. Da müssen wir auch noch mal vorbei bei der Höhle. Aber noch geht es gerade so. Okay, los geht es. Auch zu den Sandfällen. Pulsarquarz. Weil sonst sind wir mit den ganzen Folgen nur noch mit dem Hin- und Herren beschäftigt. Weil ich muss jetzt oft Uran holen. Wie bei der Iridium-Krise. Und hier oben waren wir auch noch nicht fertig. Machen wir das jetzt mal gerade. Dann habe ich es erledigt. Guck mal, da ist, glaube ich, was. Ne, da ist nichts. Ruckel, ruckel. Hier oben ist es nicht so gut. Ah, oh, guck mal. Ja, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Insekten-Riesenschlucker. Ah ja, genau. Hier war was. Nix mehr. Nix mehr war da. Und. Kündigt der Löwen. Dann ist das auch schon erledigt. Können wir hier kurz, kurz. Ein bisschen Aluminium mitnehmen. Nicht, dass das dann irgendwie doch entscheidet zu verschwinden. So ganz plötzlich. Gut, da ich das Abbauding noch drauf gemacht habe. Danke nochmal. Ihr müsst. Weißt du, aber so Kleinigkeiten mache ich manchmal nicht. Wenn mich das nicht stört, dass das Abbauen nur so minimal länger dauert, dann schalte ich darauf, mir so ein Upgrade zu bauen, weil ich einfach keine Lust habe, das zusammen zu fummeln. Aber, ne. Dann hat man wenigstens was zu tun. Oh, guck mal, ist voll. Tue ich das mal beim Silizium mit rein. Eine Raketentriebbeck haben wir gefunden. Ist mir gar nicht aufgefallen, ne. Äh, toll. Wir bauen nachher sowieso nochmal Superlegierung. Und keine Sorge. Oran. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich brauche, um nur einen Pulsarquartz-Generator zu ersetzen. Genug. Auf jeden Fall. So, okay. Auf geht's. Dann haben wir das erledigt. So, jetzt zu den Sandfällen. Sagte er schon wieder. Und auf geht's. So, jetzt zu den Sandfällen. 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 Vielleicht kann ich durch die Höhle nach oben, die wir da gefunden hatten. Ich versuch's erst mal so. Ach, das geht auch. Guck mal, kein Problem. Äh, ja komm, wir untersuchen mal, was es hier sonst so gibt. Oder, nee, 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 wir machen jetzt den Pulsarquartz, weil ich will hier teleporten. Guck, da sind so viele Kisten, das schaff ich doch niemals, alles mitzunehmen. Das Gute ist, dass mit dem Teleporter, wir, oh, das Beste ist, wir brauchen, wir brauchen hier nur zwei Teleporter. Den einen nehm ich immer mit. Den bauen wir dann auf. Ja, ist das eine super Idee. Da muss ich nur einmal zurücklaufen, quasi. Ah, hier ist die Höhle, ne? Ach, scheiße. Ist das die Höhle hier? Super, keine Ahnung. Aber ich weiß ja, von wo aus wir andersrum da reinkamen, quasi. Okay. Hier sind wir, jetzt gehen wir mal da rüber. Das ist der andere Höhleneingang. So. Komm, wir brauchen eigentlich nur ein oder zwei. Oh, scheiße. Wird schlecht, das war zu schnell. Motion Sickness hoch 10. So, hier haben wir rechts oder links? Ähm. Immerhin waren wir hier noch nicht, aber... Oder ich hab's liegen lassen. Bin nochmal grad zurück. Genau, hier war die Osmiumh- Osmiumhöhle. Okay, so. Gut. Aber das ist mir ja auch schon wieder. Nach rechts. Das ist auch durch. Hä? Hä? Das war nicht alles. Ach, scheiße. Toll, Kisten. Aber da ist nirgendwo Pulsarquartz drin. Okay, hier gibt's kein Pulsarquartz mehr. Ja, dann müssen wir Generatoren bauen und gucken, dass wir das ersetzen. Auslagern. Was ist denn hier so am Ballern? Ja, bis ich Pulsarquartz herstellen kann, sind wir an dem Punkt angelangt, wo ich wahrscheinlich nicht weiterspiele. Bis ein bisschen neuer Content kommt. Theoretisch, weil... Ich weiß ja, das ist ja einer der letzten Dinger. Ne, wir müssen halt irgendwann das Spiel pausieren. Und dann spiele ich immer bei jedem Update einfach ein bisschen weiter. Aber wenn ich dann zu weit spiele, dann weiß ich nicht, ob das vielleicht kontraproduktiv ist. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ihr sagt. Okay, 30 Minuten. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Planet Crafter. Da geht's hoch zu dieser Abschlussstelle, die wir noch gesehen haben. Und wir schauen mal, wie viel Strom wir machen können für den Teleporter. Okay, bis dahin wie immer. Leute, haut rein. Da geht's hoch zu dieser Abschlussstelle, die wir in der nächsten Folge bei Planet Crafter.